Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Diesmal zur Montage des Lens Handtuchhalters. Die Systeme von Lens, die es in verschiedenen Reihen gibt, hier die Modellreihe Sky, lassen sich im Bad an der Wand befestigen ohne Bogen, so dass man den Fließenspiegel, den man vielleicht in der Wand hat oder das Mosaik oder was auch immer, durch ein Loch nicht beschädigen muss. Sie lassen sich dann auch ganz leicht durch eine Drehbewegung, so zumindest sagt der Hersteller, wieder entfernen. Zum Entfernen kann ich natürlich nichts sagen, aber ich möchte hier einmal quasi die Montage bzw. die Vorbereitung zur Montage demonstrieren. Also das ist der Handtuchhalter. In dem Handtuchhalter wiederum befindet sich eine kleine Halterung. Die ist hier mit einer kleinen Schraube befestigt. Das ist dieses schmale Plättchen. Der Handtuchhalter selbst ist jetzt erstmal gar nicht wichtig und das für die nächsten fünf Stunden. Wichtig ist dieses kleine Plättchen. Da gibt es zwei Seiten. Einmal diese Seite und einmal diese Seite. Ich denke, man sieht das jetzt vielleicht im Video nicht so sehr, aber hier auf alle Fälle auf dieser Seite steht ganz klar drauf, this side phase out. Diese Seite soll nach außen zeigen. Das heißt, so kommt das Ganze dann an die Wand. Und in diesem Video möchte ich jetzt kurz zeigen, wie wir das Ganze vorbereiten, bzw. was man alles tun muss, damit man diese Handtuchhalterung nun an die Wand kriegt. Dazu sagt der Hersteller als nächstes, man soll mit diesem kleinen Schwamm die Oberfläche der Halterung ein bisschen putzen. Und das tun wir jetzt auch einfach mal. Da gibt es zwei Seiten. Zu dem genauen Ablauf, mit welcher Seite man wie putzen soll, sagt der Hersteller leider nicht. Deshalb muss man hier ein bisschen kreativ sein. Die eine ist ein bisschen rauer, die andere ist ein bisschen weißer. Ich denke mal, es geht darum, die Oberfläche ein bisschen anzurauen und gleichzeitig von oben direkt zu begreifen. Und das machen wir jetzt auch einfach mal. Ich stelle ein bisschen scharf. Und als nächstes hat der Hersteller hier ein kleines Tuch eingepackt, mit dem wir nun zwei Dinge tun sollen. Zum einen auch nochmal die Oberfläche des Handtuchhalters bzw. der Aufhängung, der Halterung putzen. Und dann gleichzeitig als nächsten Schritt, das wird man jetzt kurz nicht sehen, die Wand an der Stelle putzen, an der der Handtuchhalter angebracht werden soll. Beziehungsweise der Toilettenpapierhalter, der Toilettenbürstenhalter oder was auch immer. So, wenn wir hiermit fertig sind, dann sollen wir als nächstes den Deckel des Behälters öffnen. Das ist dieser hier. Da sieht man hier unten drin so ein leichtes, weißes, flockiges Pulver und den Spatel. Den soll man nun kurz unter dem Wasserhahn nur leicht anfräusten. Und dann soll man mit dem Spatel einmal hier drin durchrühren. Also die Flocken mal auflockern und einmal bewegen. So, das legen wir hier drüben ab. Dann macht man den Deckel wieder drauf. Nimmt die Haftmitteltube zur Hand, das ist diese hier. In der Anleitung selbst steht noch, dass man den Verschluss mit der Kappe aufstoßen soll. Das hat sich mittlerweile schon, was das Material betrifft, verändert. Man muss es nicht mehr aufstoßen, sondern einfach nur noch diese kleine Alupappe da entfernen. Und als nächstes soll man den Verschluss des Bechers am Boden entfernen. Denn da passt einmal ganz genau die Tube drauf. So, wenn man nun die Tube aufgesteckt hat, dann gibt es hier eine kleine Hilfe. Die uns nun helfen würde, die Tube in den Becher zu drücken. Wir können das erstmal per Hand ein bisschen machen. Das geht nicht ganz so schwierig an sich. Aber damit sie auch wirklich vollständig leer ist, gibt es dann noch diese Ausdrückhilfe. So, und dann stilpen wir die über die Tube und fangen einfach an zu drehen. Und das Ganze sehr gewissenhaft auszudrücken, sodass am Ende von dem Haftmittel auch alles in der Tube ist. So, dann sollen wir den Deckel des Behälters wieder öffnen. So, jetzt nehme ich mir mal eine kleine Unterlage zur Hand. Jetzt könnte es sein, dass man ein wenig kleckert. Und jetzt soll man das Ganze miteinander vermischen. Also quasi das flockige Pulver mit dem Haftmittel. Schön durchrühren. Da entsteht dann so eine schön klebrig breiige Masse. Und nun nehme ich wieder meine Befestigung, die ich schon gereinigt habe. Und trage auf diese meine Klebemasse auf. Es ist wirklich mehr als genug da zumindest für dieses System an Aufhängung. Also, ich glaube, je nach Modellreihe sehen die ein wenig anders aus. Sehr gut. Sehen die ein wenig anders aus. Und dementsprechend weiß ich nicht, wie das bei den anderen Modellreihen ist. Ob es dann auch so extrem viel mehr ist oder nicht. Dann verstreichen wir das Ganze natürlich noch, dass das auf der gesamten Oberfläche ist. Wenn man jetzt mal unten drunter guckt, dann sieht man schon, dass es hier auch ein wenig überquillt, also aus diesen zwei Öffnungen herauskommt. Und dann befestigt man nun das Ganze an der Wand. Drückt das fest, kann gerade die Kamera nicht umstellen, aber ich zeige es gleich nochmal. So, und jetzt kommt eine kleine schleimige Arbeit, denn man soll die Überstände entfernen, die sich am Produkt bilden, und das sind nicht zu wenige. ... ... ... ... ... So, wenn man das nun entfernt hat, dann braucht der Kleber nun laut Anleitung drei bis fünf Stunden, eher gut durchgetrocknet ist und eben die Handtuchhalterung entfernen kann, nicht entfernen kann, anmontieren kann. So lange muss man nun leider warten. Nach diesen drei bis fünf Stunden soll bei der Skyreihe die Halterung fünf Kilogramm Gewicht halten können. Das klingt jetzt erstmal nicht sehr viel, liegt aber vielleicht an der Konstruktionsart des Handtuchhalters. Das sieht bei ganz anderen Produkten völlig verschieden aus, also das ist zum Beispiel beim Toilettenpapierhalter sind das 15,3 Kilogramm und bei den an der Wand anliegenden Handtuchhaltern sind es 13 Kilogramm. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Je nach Modellreihe können das auch wirklich mal 23 Kilo sein, die dort gehalten werden können. Und ich glaube, das reicht für Handtücher und für diese kleinen Accessoires im Haushalt eigentlich fertig. So, ich wasche mir jetzt einmal die Hände und dann zeige ich mal, wie die Klebeplatte an der Wand aussieht und dann zeige ich auch mal schon zwei installierte Produkte dieser Reihe. Bis gleich! So, ich habe mir dann mal soheben die Hände gereinigt. Die sehen zwar immer noch leicht weiß aus, aber zumindest ist der größte Teil der Überstände weg. Und jetzt wollen wir uns natürlich auch einmal angucken, was wir eigentlich gerade gemacht haben. Und wenn wir jetzt mal ein Stück weiter nach oben gehen am Waschbecken, dann sehen wir jetzt dort die Halterung auf die Wand montiert. Die muss jetzt dort circa fünf Stunden lang schön antrocknen, damit sie dann wie gesagt benutzt werden kann und durch den Handtuchhalter aufschrauben kann. Wie das Ganze dann fertig aussehen kann, das sieht man hier nebenan. Da sieht man zum Beispiel die Toilettenpapierhalterung, die schon an der Wand hängt. Hubala! Oder noch ein kleines Stück weiter unten auch die Toilettenbürste, die mit diesem System befestigt wurde. Also eigentlich ein wirklich sehr, sehr nettes, schönes System, das relativ schnell zumindest, was das handwerkliche betrifft, zu montieren ist. Und das hoffentlich hier lange hält und am Ende, und das wird dann noch die interessante Frage sein, keine Rückstände auf der Wand zurücklässt. Aber dazu kann ich jetzt nicht viel sagen, weil wenn ich das Ganze abgemacht habe, bekomme ich es nicht mehr an die Wand und insofern möchte ich das Ganze jetzt auch nicht ausprobieren. Aber das soll es erst einmal jetzt gewesen sein mit diesem kleinen Montagevideo zum Lens Sky Handtuchhalter. Euch allen noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!